Sieht ein bisschen albern aus, was die da unten gerade macht, aber gut. Sie haben zurückgerufen von uns. Das ist aber was, dass der gerade pumpt. Jetzt gehen die Ohren zu. Immer wieder zurück. Jetzt mache ich das. Wir haben drei Sicherheitspunkte. Einer da hinten, einer da und einer vorne. Kann ich ausrutschen? Nee, damit der Fahrt... Pass mal auf jetzt. Pass auf. Das geht ja mal, wenn man zurück geht, dann gibt es jetzt Leute. Oh mein Gott. Was sag ich jetzt mal, Jackie? Scheiße! Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Ach so, ja. Der arme Nils. Dann geht's los. Auch so, nee, die Abteilung. Danke, Leute. Danke schön. Du hast Spaß gemacht. Siehst du was, Einer? Ja. Ich mag dass ich nicht mal war. Ja, schon was hinter, ne? Hä? Ja, hallo? Für das ganze Ding hier? Ich glaube 89 Euro. Aber noch eine Runde? Nee. Also 89 Euro ist, glaube ich, die günstigste Runde erst mal. Und dann geht's los, ne? Na? 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 Das ist gar nicht mehr Runde. Da hinten durchgerutscht. Mal sehen, ob er bleich aussteigt. Auf jeden Fall. Glaube ich auch nicht, wenn jetzt. Nö, ne? Das hat er gepackt, ne? Motorradfahren hat er auch überlebt. Mit dir, ne? Ja.